Poyang Gott Zai Kam Rau, der als Manager bedient, über Poyang See, es ist ein Tempel auf dem See, Zai Kam, die Gien Sightseeing aussteigen wird, den Poyang Tempelstatuen auf Abschnitt Loyalisten Anzeige sterben warten, die eine Statue von Zai im letzten Bett leben hat. Zai Kam, der sagt ich bin mit der gleichen Gruppe von Menschen war, wie endet leben können und es ist erste Statue einer SWAT Position, später Zai Zahn halten an Bord auf dem Weg, großen Wind aus den Segeln, die Maske nach hinten Seite, ist die ganze Familie traurig zu weinen, während ein kleines Boot durch die Wellen kam, nachdem die Nähe von Guan Guan, fuhr die Zahnteilen halten, auf dem Boot, und dann sind die ganze Familie auch, auf dem Boot. Zai Zahn halten Mann, nein, nicht ein bisschen Zai Statuen, bald legte sich der Sturm, den Mann zu finden, hat er nicht verschwunden.